Ja, dann herzlich willkommen. Kommt doch gerne mal rein in unseren FFH Urlaubscamper. Und ja, hinter mir ist der Schlafbereich. Also zwei bequeme Betten. Ich werde da auch gleich mal Platz drauf nehmen, weil Johannes ja gesagt hat, für ihn darf die Matratze weder zu hart noch zu weich sein. Also das schauen wir gleich mal. Und hier vorne haben wir dann das zweite Bett, weil hier können ja vier Leute drin schlafen. Coole Sache. Wir haben eine kleine Kochecke hier für Johannes. Haben wir auch schon die Ravioli. Also der Meister, der lässt sich ja hier gut gehen. Ganz in alter Campingtradition. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache. Also das Licht hier finde ich auch. Man hört es ja vielleicht auch. Hier der Regen. Der Regen, der prasselt hier richtig. Und ich glaube, hier kann man es sich richtig gut gehen lassen. So, und jetzt will ich mal sagen, Johannes, jetzt teste ich das mal für dich. Und zwar gehen wir jetzt mal hier hinter. Das sind ein paar Schritte. Ich würde mal sagen, generell, also für eine Familie mit vier Leuten ist das schon nicht so, so sagen wir mal ausladend, aber ausreichend. Und jetzt, wenn wir hier hinten stehen, haben wir hier zwei Betten, rechts und links. Und hier ist auch schon Decke und Kissen. Und da lege ich mich jetzt einfach mal drauf. Ja, und ich bin 1,90. Also für mich geht das auf jeden Fall. Kann hier bequem liegen. Und, oh, also ich finde es bequem. Johannes, du kannst hier eine super Nacht verbringen. Und liebe Gewinnerinnen und Gewinner, ich freue mich jetzt schon für euch. Wir haben ja sechs verschiedene Touren im Angebot, sechs Wochen Sommerferien. Jetzt noch anmelden in Web und App. Und vielleicht werdet es ja genau ihr, die hier jeweils eine Woche mit unserem FFH Urlaubscamper verbringt.